Es gibt Tanzen und Tanzen. Es gibt Tanzen, dass man nur Aura zeigt und dass man bestimmte Bewegungen macht, die nicht in Ordnung sind. Und es gibt zum Beispiel, dass man sich ein bisschen jetzt, manche Frauen haben sich getroffen und dann machen sie ein bisschen, freuen sie sich und dass sie sich ein bisschen bewegen, okay, aber nicht übertreiben und nicht bei jeder Situation, sondern bei bestimmten Situationen wie fest, wenn etwas Gutes passierte und so weiter. Aber dass man übertreibt, möge Allah sparen und bewahren.